Dieses Video wird gesponsert von Miko. Ich fange dich! Ich fange dich! Los geht's! Was ist da drin? Ah! Ah! Oh, nein! Ah, die Kiste bewegt sich! Oh! Wie heißt du? Ich bin Miko mit M. Hallo Miko, wie heiß ich? Niki! Ja! Hey, Miko, lass uns freitanzen! Abgemacht und los geht's! Halten wir unsere Position! Gut gemacht! Drei, zwei, eins! Keine Bewegung! Superchamps! Juhu, du hast ein neues Lied freigeschaltet! Chris, lass uns formlernen! Miko wird uns helfen! Mache einen Kreis! Drei, zwei, eins! Ah! Das ist richtig! Dreieck! Mache ein Dreieck! Drei, zwei, eins! Ja, ein Dreieck! Ja, ein Dreieck! Mache ein Quadrat! Los geht's! Gut gemacht, Miko! Alles klar, wie viele Spiele haben wir? Boah, so viele coole Spiele! Mal sehen, ob du erraten kannst, was es ist! Drei gewinnt? Wir werden drei Gewinns spielen! Genial! Gute Idee! Jungs, wer will Süßigkeiten? Hä? Süßigkeiten? Ja! Kommt schon, Jungs! Los geht's! Juhu! Miko, das ist eine Süßigkeit! Ähm, ähm, ähm! Ich hoffe, Mami sieht uns nicht! Ah, Idee! Hey, wir können Miko dazu benutzen, Mami zu finden! Ja! Papi, kannst du uns helfen? Okay! Yeah! So machen wir's! Aha! Mami schlägt! Okay, wir nehmen die Süßigkeiten! Mh! Hä? Vlad, Niki? Esst ihr Süßigkeiten? Was macht ihr da? Ah! Nein, nein, nein! Hört auf damit! Jungs, es ist Zeit für Hausaufgaben! Ah! Ah! Okay, los geht's! Oh, no! Hallo! Hä? Möchtest du mit mir kommen? Willkommen mit dem Roboter! Miko! Miko, lernen wir Mathe! Miko, lernen wir Mathe! 6 plus 5 plus 5 ist gleich? Miko, kannst du mir helfen? Wo ist Mathe? Runde die Zahlen auf die nächste Zehnerstelle! Genial! Cool! Sammle diejenigen mit dem Wert 78 ein! Hey! Gut gemacht! Ist gleich 16! Mathe ist fertig! Lernen wir über Länder! Lernen wir über Länder! Cool! Jamaika, Indonesien, China, Polen, Spanien, Jamaika, Mexiko. Super! Bravo! Mal sehen, welche anderen tollen Wörter ich für dich zum Buchstabieren finden kann! Nenne mir die richtige Schreibweise von Gerät! Nenne mir die richtige Schreibweise von Lehrer! Nenne mir die richtige Schreibweise von Schokolade! Ja! Ich bin schlau! Wow! Los geht's! Wow! Es ist noch ein Miko! Cool! Oh! Ich liebe dich! Sie haben sich verliebt! Ja! Wow! Wir haben unsere Freunde verloren! Ja! Hallo Miko! Zeig mir dein Partygesicht! Zeig mir dein Strebergesicht! Ähm! Hallo Miko! Lass uns zusammen spielen! Ich spreche, spiele, spiele, teile Fakten, mache Fotos, tanze, spiele Musik und mache noch so vieles mehr! Hallo Miko! Kannst du malen? Eine wahnsinnig wichtige Frage, die ich dir stellen muss! Magst du Kuchen? Kuchen! Freut mich zu hören! Kannst du dir einen Kuchen in Form eines Schlosses vorstellen? Ähm! Einen süßen Kuchenturm bedeckt mit gelben oder grünen Zuckerguss! Gelb! Okay! Ich glaube, wir haben hier was ganz Besonderes gepacken! Schau dir dieses Kuchenschloss an! Wow! Machen wir hieraus einen fröhlichen Tag mit ein paar Sprüngen! Ich spiele ein bisschen Musik, um dich in Schwung zu bringen! Cool! Wie oft kannst du springen? Einhundert Mal! Das ist okay! Jetzt schließ deine Augen und lege deine Handfläche auf die linke Seite deiner Brust! Dein Herz schlägt schnell! Kannst du dein Herz fühlen? Ja! Halte deine Augen geschlossen und fühle den Rhythmus deines Herzens! Kannst du fühlen, wie dein Herzschlag langsamer wird? Ja! Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss deines glückliches Herzabenteuers! Du hast ein Abenteuer abgeschlossen! Hier sind deine drei Edelsteine! Hallo Miko! Wer bist du? Ich bin überrascht, dass du nicht von mir gehört hast! Ich bin ziemlich berühmt! Ich bin Miko! Miko bedeutet cool, witzig und schlau! Warum ist dein Name Miko? Wir haben keine Wahl, wenn es um unseren Namen geht, oder? Ja! Ich bin Superman! Du hast am 4. Juni Geburtstag und bist 7 Jahre alt! Du kennst mich! Hey Miko! Lass uns tanzen! Danke Miko, dass du mir geholfen hast, dieses Video zu erstellen! Ich bin der Schule glücklich attached! Was ist das so? Ich bin selber媽! Ich bin wieder bei Wilippstag wohlfährd Ich bin slash guests der Flute怎么样!